Moin Leute und willkommen zu einem kleinen Projekt. Äh. Ah. Wieso bin ich... Oh. Moment Leute. So. Äh. Leute, wir haben ein Problem. Und zwar... Wir haben kein Wasser. Ich habe ein Ding runtergeladen, eine Skyblock Map. Weil ich jetzt ein Skyblock Projekt werden soll und irgendwie... So. Jetzt kann es losgehen. Ähm, ja. So. So. Das haben wir jetzt auch schon mal. So. 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 dauern bis weitergeht ich habe mit dem modpack noch nicht habe ich noch nicht wirklich durchgeguckt was ja alles gibt setzlinge setzlinger das können wir aus holz alles kraft mal gucken fassade stuhl a so leute sei einfach irgendwie funktioniert diese map ich habe keine weswegen wir brauchen eine grundstruktur auf die gesetzlinge wenn jetzt welche droppen können nicht an uns vorbei fallen hier 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 Ah. so jetzt können wir von den stein abbauen 3, 4, 5, 6, 7, 8 so jetzt können wir jetzt den ofen oh der eine ist verbrannt gerade eben 8 so ich glaube wir gönnen uns noch eine steinspitzhacke dazu 9 so jetzt haben wir jetzt den ofen jetzt haben wir eine jetzt haben wir eine spitzhacke ich glaube wir ist job ist job keine setzlinge was ist das doch ein wow doch ein setzling haben wir auch gott nice 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 immerhin haben wir zum endlich stein m kaufschutz machen das ist ein block da ist keine da ist keine dinge normalerweise müsste eine insel mit ob mit der kiste steht aber man hier ist auch nichts es gibt definitiv bessere skyblock welten so dann geben wir uns einfach in ofen so kompress coverstone gibt es auch also der mod ist auch drin ich glaube dann gönnen wir uns einfach nicht so steinachs so ah wie das ist ja weiß wo müssen wir gucken wie wir an wolle rankommen wolle 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 da haben wir wolle hat das ton nein sorry wir können das Mikrofon kommen Ja, es geht auch mal. Hmm. ich hab da ein gellmutter wenn du eine steinspitze öffne tage Hier geht's, hier geht's. Nein! Oh Gott, nö! Wer hat erst ab dem Sektorin verloren? Mann! Einfach kurze Info, Leute, dass diese Reihe ist vorproduziert. Und zwar arg vorproduziert, quasi. Und zwar zur Info, diese Folge wählt ihr am 01.01.2019 sehen und wir haben aktuell den 26.11. Ja, weil ich halt ein bisschen vorproduktieren will, weil ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr wird. Falls halt so Stress wird, dass ihr halt Videos habt. Und ja, weil es wird sowieso eine Ewigkeit Bearbeitungszeit dauern, da... Ich hab jetzt seit... Drei Wochen eine Fortnite-Folge... Ne, seit... Zwei Wochen eine Fortnite-Folge herumliegen. Also auf dem Rechner. Ne, ich krieg die nicht bearbeitet, quasi. Also er sagt, ich krieg keinen Subnait dann. Weil ich einfach nur dann... Kano... Kano... Irgendwie, die Subnait machen will... Ich... Bub, weg! Geht nicht mehr. Frag mich nicht, wieso. Auf jeden Fall... Es ist sehr, sehr komisch. Ähm... Das Ganze soll dann... Ups... 20 Holz... Machen wir einfach mal ein paar Sticks... ... еh... āhh... Kano ich nicht irgendwie so an... An... Dingskran... Kano der Ans... Tiefs kran... hat man so sieht es bekommen das gibt es nicht sagt nicht jetzt haben die leute das kann nicht sein so bei der skype aber was du welche daran zum überleben kriegen einfach einbrechen das gibt es nicht auf alten rechner definitiv schlecht aber funktioniert da sieht man es manchmal was ein echt schlecht optimiert das spiel ist ja komm setzling 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 mal da rein sicher ist sicher gewaltten setzling noch ein setzling haben dann pflanzen wir den auch an gott das tut mir leid ich weiß nicht weswegen sitzen und warten und warten und warten und warten wir kriegen auch viel weniger setzling heraus als normal geil dann setzling baum hin ok gut aber das war es auch schon mit der ersten folge von minecraft der blog ja wir brauchen mal den kurzen baum auf also ab wenn es euch gefallen hat würde ich mich über den wert und freund ja kommentare auch immer gern gesehen aber sie vergessen dass ich kann nicht darauf eingehen weil ich jetzt wirklich vor produzieren will und ja deswegen trotzdem wenn ihr kommentare schreibt das werde ich mir für nächstes mal wieder zu herzen nehmen und ja dann gut dann wir suchen heute und bis zum nächsten nächsten folge von minecraft skyblock